Und was sagst du zu unserer geilen Raffelweihnachtsfeier heute? So absolut super, weil dann alle Leute mich mal kennen, mit denen man es so zu tun hat. Und es macht absolut Spaß hier einfach mit den klasse DJs. Und es macht einfach nur Spaß, Definition, Spaß. Danke. Danke. Du legst das erste Mal im Eiskeller auf, das dritte Mal für die Raffelweihnachtsfeier. Wie gefällt dir die Party? Das ist richtig. Ja, wie bei Raffelweihnachtsfeier immer sehr gut. Die Leute sind gut drauf, feiern. Es sind alle hergekommen, trotz minus 127 Grad und irgendwie 4000 Meter in der Höhe hier in Aschau. Nee, super, super. Und der Eiskeller endlich mal, also höre ich seit zehn Jahren. Eiskeller in Aschau ist so ein Klassiker in Bayern und endlich mal da gewesen. Wie gefällt dir denn die Location hier unten im Keller? Ja, gefällt mir gut. Also da merkt man, dass der Laden Tradition hat und ist eine coole Location. Und das ganze Umfeld hier mit dem Parkplatz und allem, diese Zufahrt schon so total verschneit, wie in so einem kleinen Horrorfilm. Gefällt mir gut. Ja, auf jeden Fall. Hat was. Ja, auf jeden Fall.